Was hat sie von ihrem Vater? Gerade jetzt, wo mein Mann in den Vorstand der Corata Bank AG gewählt werden soll. Sie können mit großer Wahrscheinlichkeit davon... Hallo, Schatz. Wie war die Eröffnung? Da ist deine Post von gestern. Im Büro habe ich dich nicht erreicht. Und hast du ein paar Bildchen verkauft? Ich habe Hermanns Marktwert verdoppelt. 9,5 das Bildchen. Kann er sich keinen Künstlernamen zulegen? Ist doch besser für den Verkauf. Hermann ist sein Künstlername. Oh.